Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutschler und schon wieder für euch in Battle for S wird unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Paragon Opening Video. Ich hoffe, dass ich diesmal auch vielleicht mal was rauskriege, so zur Abwechslung. Die letzten paar Male waren ja leider ein bisschen mau. Was wollen wir machen? Wir wollen fünf Paragon Kisten aufmachen. Und zwar sind das alle neuere Paragon Kisten, wo hoffentlich irgendwas rauskommt. Ich habe nämlich einmal eine Rosspolzen Kiste, dann eine Vorräte von den Rajani, eine von den Anquanern, eine vom Abkommen von Uldum und noch eine zweite von dem Rosspolzen. Und was soll da rauskommen? Aus den beiden Kisten aus 8.3 ein Pad, was ich ganz gern hätte, um eventuell das zu verkaufen, was noch relativ viel Gold wert ist. Und was noch wichtiger wäre, ich brauche hier für meine, ja, Zweit-Specs dementsprechend noch die Legendary Essenzen. Die würde ich ganz gern mitnehmen. Ich will hier irgendwann mal alle komplett voll haben. Und ja, drückt mir die Daumen. Vielleicht kriegen wir das ein oder andere Item raus. Verdient hätte ich es mir doch jetzt mal langsam. Gut, jetzt schauen wir mal. Rosspolzen, erste Kiste. Halt, warte mal. Ich bin jetzt so ein bisschen paranoid. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt hier in den Katzen-Spec und stellen dann auch noch Katze ein. Und dann machen wir das Ding auf. Schauen wir mal, ob das was hilft. Also, Wildheit ist eingestellt und wir sind auch im Speck und wir sind sogar in der Katze. Und es hat nichts gebracht. Gut, dann machen wir die Rajani auf. Ich sehe schon, das wird wieder eine bittere Angelegenheit. Alter. Komm, eine Kiste haben wir noch. Ich hasse dieses Spiel. Warum? Das gibt es doch gar nicht. Warum kriege ich denn einfach diese scheiße Senzen nicht? Okay, da haben wir wieder 50.000 Ruf. Einfach ganz gepflegt in Gully runtergespült. Ja. Ja. Okay, das war mal wieder eine Nullnummer. Sehr, sehr schade an der Stelle. Ich melde mich dann wieder, wenn ich wieder 5 Kisten erspielt habe. Heißt 50.000 Ruf. Das wird jetzt wieder einen Ticken dauern. Und ja, ich hoffe, dann kriegen wir das nächste Mal das Zeug raus. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch noch die Essenzen farmt. Auch vielleicht für euren Main- oder Zweitspeck. Und mich würde mal interessieren, wie viele Kisten ihr gebraucht habt für die jeweiligen Essenzen. Bei mir scheint es irgendwie nicht zu wollen. Oder vielleicht sind die einfach so beschissen von der Drop-Chance, ne? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es langsam demotivierend. Okay, ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Teller. Bis dann. Ciao. Ciao.